Hallo und herzlich willkommen bei POS Tuning. Wir sind hier in Bad Salzuflen in unserem Showroom. Mein Name ist Christine Kolbe-Schade. Ich bin Nabila Paltzmeier und wir sind aus dem Marketing-Team von POS Tuning. Unsere Mission bei POS Tuning ist Einkaufen einfach besser machen. Unser oberstes Ziel sind glückliche Shopper. Alle unsere Lösungen, die wir Ihnen heute zeigen, zielen darauf ab, das Einkaufen für den Shopper möglichst angenehm und bequem zu machen. Und welche Lösungen das sind, das zeigen wir Ihnen jetzt gleich im Grundgang. Die erste Station sind Tiefkühlprodukte. Gerade bei einem Tiefkühlschrank ist die Orientierung besonders wichtig. Wenn alles vorn steht, so wie hier mit unserem Vorschubssystem, ist das optimal. Denn dann kann der Shopper sich erst mal orientieren, sein gewünschtes Produkt suchen und dann erst die Tür öffnen und das Produkt entnehmen. Das ist nicht nur bequem für den Shopper, sondern spart auch Energiekosten für den Händler und das ist gut für die Umwelt. Um das Einkaufen für den Shopper bequem zu machen, ist es auch wichtig, dass er an alle Produkte gut und einfach rankommt, egal wo sie im Regalbereich stehen. Ob oben mit unserem Warenvorschusssystem oder unten im Regalbereich mit unserem Leitsystem, die Ware ist immer optimal erreichbar. Hier ist ein ganz besonderes System verbirrt, was Sie bestimmt aus Ihrem Supermarkt kennen von dem Maggi und Knorr Regal. Dieses Produkt war 1998 die Gründungsidee von PIRS Tuning. Das ist unser patentiertes System-Tray. Das Tray hat einen Schlitz, wo der Vorschub hineinfahren kann. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter im Handel Duffer einfach und schnell bequem kann und alle Produkte sind immer vorne. Das bedeutet für den Shopper mehr Orientierung, alle Produkte sind sichtbar und auch nach Entnahme sind sie immer vorne. Zusätzlich sehen wir hier noch Orientierungselemente, wo man eben durch Farbe oder Beschriftung noch ergänzen kann, damit die Orientierung noch besser wird für den Shopper. Auch Ordnung und Optik sind wichtige Kriterien für ein optimales Einkaufserlebnis. Gerade im Drogeriebereich ist dies eine Herausforderung. Wir haben viele runde und viele kippgefährdete Produkte und auch viele verschiedenartige Verpackungen. Mit unseren Lösungen erhalten Sie perfekte Stabilität und produzieren auch regende Gasflägeaufwand. Neben unseren Serienprodukten, die wir jetzt eben gesehen haben, entwickeln wir bei PIRS Tuning mit unseren Kunden auch gemeinsam individuelle Lösungen. Das heißt, der Kunde kommt mit einem Problem zu uns und schildert uns das und wir entwickeln gemeinsame Vorschläge. Von Zeichnung über Prototyp bis zum Test und Rollout begleiten wir hier den Kunden von A bis Z. Hier sehen wir mal nur einige Beispiele von vielen. Hier war die Herausforderung, möglichst viele Produkte auf geringem Platz auf der Tankstellentheke zu platzieren und das sollte auch noch aufmerksamkeitsstark sein. Bei Rasierklingen kennt jeder das Problem Diebstahlgefährdung. Hier haben wir eine Lösung entwickelt, wo man nur ein Produkt einzeln entnehmen kann, was Diebstahl hemmt. Bei diesem Beispiel ist das Problem, Schokolade wird viel auf Displays verkauft. Wie bekommt man jetzt die vielen Sorten aus dem Display ins Regal, denn wir haben ja nicht mehr Platz. Also haben wir mit Schokoladenherstellern ein Stapelschuhl entwickelt. So können wir auf dem Platz von einem Produkt gleich zwei Sorten platzieren und im Test hatte das 65% plus im Umsatz gebracht. Nichts ist schlimmer für einen Shopper, wenn das Produkt, was er sucht, nicht mehr verfügbar ist. Besonders bei einem Impulskooler, wie wir ihn hier sehen. Visuelle Out-of-Stocks werden vermieden, selbst wenn nur noch wenige Produkte im Regal stehen. Wir hoffen, der Rundgang hat Ihnen gefallen und wir konnten Ihnen einen guten Überblick über unsere Lösung geben. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, denn wir haben ja heute noch ein paar Kategorien gezeigt, dann besuchen Sie gern unsere Website auf hewastuning.de.